Imu Augsburg, wir begleiten Menschen und Organisationen bei Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Also die Erfahrung mit der Imu ist sehr, sehr gute. Die Erfolge, die wir da im Management erzielen konnten, die lassen sich wirklich sehen. Die Imu geht eigentlich zuerst mal auf das Zwischenmenschliche. Das heißt, die versucht, die Barrieren abzubauen, um dann an das Wesentliche hinzukönnen und dann die Effekte auszukriegen. Fand ich einen sehr super Ansatz. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Konzept und bin auch froh, dass sie jetzt einen eigenen Standort haben, wo sie die Leute einladen können. Und da sind sie absolut auf dem richtigen Weg. Anders ist der Ansatz, weg von klassischen Schulungsmodellen hin zu auf den Menschen gucken primär und den Menschen in der Organisation. finden und nicht die Organisation, in der sich dann der Mensch zurechtfinden muss. Und der Ansatz gefällt mir sehr gut. Imu ist natürlich für die neue, integrale Führungskultur, die ja ansteht bei uns, der kompetente Partner, mit dem wir zusammen diesen Weg gehen können. In dem Vortrag, die Kunst der Transformation, geht es darum, dass wir gesehen haben, dass viele Unternehmen versuchen, sehr viel gleichzulassen, Werte, Führungsverständnis, Haltung und trotzdem was zu verändern. Und die Kunst der Transformation heißt jetzt zu gucken, wo braucht es denn wirklich auch Updates? Wo muss denn was ganz Neues passieren? Wir haben konkrete Angebote. Das eine sind Trainings, die wir anbieten, um Lernen zu unterstützen für Menschen. Das andere ist, dass wir in Siebenbrunn Menschen zusammenbringen, Vernetzungsworkshops machen, Zukunftswerkstätten, wo Neues entwickelt werden kann. Und für diejenigen, die dranbleiben wollen, gibt es Praxisabende, wo Lernen vertieft stattfinden kann. Für das IMO würde ich mir wünschen und möchte euch mitgeben, diese Botschaft, dass man versucht, die Entwicklung der Unternehmen in eine Richtung zu bringen, die den Beitrag zur Gesellschaft reflektiert. Und dazu wünsche ich euch alles Gute. Und dazu wünsche ich euch alles Gute. Und dazu wünsche ich euch alles Gute. Und dazu wünsche 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 euch alles Gute.